Ich glaube eigentlich, da stand was, ja. Sehr gut. Viel Spaß euch noch. Alles Gute. Danke. Danke schön. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich bin mit der Wand, weil ich dich nicht sehe. Aber das ist ja auch schön. Ja, das ist ja, aber das hat man ja beim Radio auch. Dass du da sitzt und irgendwie denkst, wer hört hier überhaupt zu? Ja, irgendwie eine Sache muss ja immer nicht funktionieren. Pro Sendung geht immer eine Sache irgendwie kaputt und dann muss man. Heute ist es der Rückkanal zu dir. Mal, naja. Wir haben sonst immer das Knistern, dass wir haben so ein Knisterproblem. Das ist ja auch immer schön. Naja, du hörst dich heute gut an. Ja. Wunderbar. So. So, was wollten wir noch? Ich wollte noch mal fragen, jetzt so wie das jetzt im Vergleich ist zur, nachdem die WM das Sahnestückchen ist, wie ist denn das so mit dem Standardbetrieb Bundesliga und sowas? Vermisst du jetzt? Läuft die noch? Ist die vorbei? Kommt die wieder? Das ist gerade Pause. Das wäre sonst anstrengend für die Spieler, wenn sie auch in der Liga gleichzeitig spielen müssten. Also im Sommer ist immer Pause. Es ist ja auch für den Laien oder für den Nicht-Fußball-Begeisterten sicherlich auch schwer zu verstehen, dass in der Zeit, wo das Wetter am besten ist, die Open-Air-Sportart Fußball nicht stattfindet. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Also natürlich im Hochsommer kann es schon schwierig sein. Deswegen heulen ja auch gerade alle immer, weil in Brasilien ist ja alles so schrecklich schwer, Fußball spielen 90 Minuten. Aber das war schon vorher klar, dass es in Brasilien tendenziell warm ist. Genau, das ist auch eine ganz neue, große Neuigkeit jetzt auch. Aber im Winter spielen sie ja sogar mit orangenen Bällen, weil der Weiße auf dem... Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe jetzt auch gelesen, dass der traditionelle schwarz-weiß-karierte Ball dafür designt wurde, im schwarz-weiß-Fernsehen sichtbar zu sein. Ah ja, stimmt. Ja, das macht Sinn. Das wusste ich gar nicht, dass das so, aber ja. Der war ja früher so ein Lederball, einfach braun. Und dann wurde er schwarz-weiß fürs schwarz-weiß-Fernsehen. Naja, aber jetzt... Würdest du denn jetzt, wenn die im Herbst wieder losgeht, die Bundesliga und die anderen Wettbewerbe, wirst du dann diese fantastische Aufbereitung in der Sportschau-App vermissen? Weil da ist ja nur ein weniger Zauber drumrum. Ja, also ich muss auch jetzt dazu sagen, dass ich zwar Bundesliga schon verfolge, aber da nicht so ein beinharter Fan bin, dass ich jeden Samstag dabei bin, womöglich noch live oder gar jeden Samstag die Sportschau sehe. Und du fragst mich jetzt natürlich, ich habe ja vorher gesagt, dass ich das eigentlich jetzt auch gar nicht so viel benutze bei der WM. Aber prinzipiell, also ich folge jetzt zum Beispiel den Twitter-Accounts, der Eintracht und da informiere ich mich so ein bisschen und vielleicht fände ich es schön, weil du hast als Bundesliga-Fan eigentlich nur die Sportschau, wenn du nicht bezahlst. Und das ist schon ziemlich wenig, 18.30 Uhr am Samstag und du kriegst dann so eine 6-Minuten-Zusammenfassung und das war es von dem Spiel deiner Mannschaft. Und wenn da halt noch mehr im Netz wäre, das wäre natürlich schon total schön. Wie ist denn der aktuelle Zustand? Also ich bekomme mit, dass sich ab und zu Telekom und Premiere schräg schräg Sky und ARD und TM3 um irgendwelche Rechte zanken und da eine bekommt sie dann und dann, ne? Wie ist denn der Status? Was gibt es denn wo? Also die Bundesliga gibt es live nur bei Sky. Da hast du halt dann live jedes Spiel kannst du dir angucken und die Konferenz. und die Telekom hat meiner Ansicht nach gar nichts. Also auf Entertain kannst du dir einfach die Sportschau ansehen. Also du kriegst auf Entertain auch Sky? Genau. Ist sogar ein bisschen günstiger, ne? Dann auch, also glaube ich, irgendwie 15 Euro günstiger, als wenn du zu Sky gehst und dir dann noch so einen Decoder reinstellst, diese ganzen Kisten da neben der Glotze. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, irgendwie diese schreckliche Vodafone Mobile TV App, da kannst du ein Bundes-, ein reines Bundesliga-Ding für 12,95 Euro im Monat kaufen. Dann kriegst du dort offensichtlich die Sky-Bundesliga-Sender rein. Auf dein, dein Tablet oder was? Genau. Und nur auf das Tablet. Ja. Ja, das finde ich halt schwierig. Also ich, jetzt zum Beispiel die Streams finde ich ja eigentlich auch ein bisschen, also die laufen zwar, das ist schon beeindruckend, aber sie sind auch nicht so richtig schön zum Gucken. Also ich finde gerade bei Fußball nerven dich so Bildfragmente oder irgendein Stottern halt schon massiv, also noch viel mehr als bei vielen anderen Sachen, die du dir so angucken kannst. Und ja, also ob ich das machen würde, weiß ich jetzt nicht. Also was ich halt nicht mache, ist, ich hätte, ich hätte gern sowas wie Sky, aber es ist mir einfach zu teuer. Was wollen die denn regulär so für das Fernseh-Abo? Ich glaube, du zahlst, also wenn du, es ist ja auch nochmal unterteilt, das ist besonders fies. Also es gibt ja Champions League und es gibt die Bundesliga, die Champions League, um es dir zu erklären, sind die, dass die Meister oder die ersten drei jeder Liga in Europa dann nochmal so ein Turnier spielen und das ist halt die Champions League. Also das sind so die besten Mannschaften Europas, die gegeneinander spielen. Und das ist nochmal getrennt bei Sky, das ist sehr schön. Das eine heißt Fußballpaket und weil Champions League ist ja kein Fußball, deswegen heißt das Sportpaket, du musst sie halt beide kaufen und dadurch wird es halt, also ich glaube, du zahlst immer noch zwischen 40 und 50, wenn du, du musst diese ganzen Filme, die kannst du ja gar nicht vermeiden, ja, das guckt ja kein Mensch, aber das, oder zumindest niemand, den ich kennen, nimmt das, würde das tun. Also ich glaube, du bist da 40 bis 45 Euro, wenn du Champions League und Bundesliga sehen willst und eigentlich bin ich sogar eher noch so interessiert an der Champions League und da würden mich viele Fußballfans jetzt als so Event-Fan bezeichnen, das ist so ein gerne genommenes Schimpfwort für Leute wie mich. Okay, aber das ist ja dann doch relativ stattlicher Preis, also vergleichsweise zu USA, wo du für einen Kabelanschluss auch deine 80, 90 Dollar leicht los bist, auch nicht so viel, aber es ist auch das Einzige, was sich in Deutschland scheinbar verkauft, also wenn du dir so anschaust, was es an, ja, an, an, Pay-TV-Angeboten gibt, es gibt halt Sky, es gibt in den Entertain-Geschichten irgendwelche Spielfilmpakete, aber ich, ich habe da auch nie wirklich gesehen, dass da sich die Telekom rühmen würde, oh, wir haben 30 Millionen Pakete verkauft, ich glaube nicht, ja. Ich glaube das auch nicht, also da musst du glaube ich schon sehr desinformiert sein, wenn du da, wenn du sowas abonnierst, also weil ich, also ich, ja, also ich finde das absurd, ich habe Entertain jetzt so seit zwei Monaten und ich habe dann da auch mal so ein bisschen drin rumgeschaltet und alles, was man da so dazu holen könnte, das ist alles grauenhaft, aber ich glaube, das ist natürlich auch so unsere Perspektive, wir sind so sehr in der Thematik drin, auch mit Technik und Apple TV hier und so und vielleicht ist das, vielleicht verkaufen die da ja ein paar Sachen, ich habe da ja keine Einblicke, aber, also das Fußballding ist auf jeden Fall sehr teuer und das ist schade, also da, es ist auch einfach so, dass jedes Mal, wenn die Saison so spannend wird, sitze ich regelmäßig mit Freunden zusammen beziehungsweise telefoniere oder was und wir regen uns eigentlich immer wieder jedes Jahr über diese Preise auf, weil wir immer wieder versucht sind, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, dass man sich irgendwie teilt oder was auch immer und es ist aber, jedes Mal kommt man zu dem Schluss, nee, also auch aus Prinzip geht das eigentlich nicht, dass man das bezahlt, also auch vor allen Dingen wegen dieser Trennung, dass man auch noch unterschiedliche Turniere dann nochmal extra bezahlen soll, das ist wirklich absurd und was ich auch nicht verstehe, das muss ich jetzt gleich nochmal anfügen, ist, ich bin überzeugt davon oder vielleicht bin ich da auch rechnerisch zu blöd dazu, aber wenn sie mir Bundesliga und Champions League für zwei Drittel oder die Hälfte des Preises geben würden, würde ich es wahrscheinlich sofort machen und ich kenne so viele Menschen, denen es so geht und ich kann mir irgendwie nicht erklären oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mehr Geld verdienen würden, wenn sie es ein bisschen billiger machen, das ist, also ich meine, die müssen da ja irgendwelche Businesskas für Sitzen haben, die das durchrechnen, also irgendwie, aber das ist mir schleierhaft. Du bekommst jetzt aber deswegen auch nicht so ein super Drumherum-Angebot von Sky und Tablet-Apps und Metadaten und Kamera und sowas, oder? Nee, glaube ich nicht, ich glaube, es gibt dieses, ist das Sky Go, man weiß ja immer nicht, wie diese Sachen heißen, ich glaube Sky Go heißt das. Ja, das gibt es. Ja, das ist eine App für Tablet und iPhone und so und da kannst du, glaube ich, einfach genau dasselbe gucken, also du kriegst einfach den Bildschnitt von Sky, glaube ich, da drauf oder ich glaube, so läuft das. Ich habe mir das noch nicht länger angeguckt, schön wäre es ja auch, wenn Sky Go dann so ein externes Angebot nochmal wäre, also wenn man das einfach nur das kaufen könnte und dann kann ich Sky auf meinem Tablet sehen, aber nicht auf meinem Fernseher. Also das hängt natürlich immer alles an den Preisen und so. Ich glaube, es gab auch mal eine Kooperation mit der Xbox irgendwann, kann das sein? Ich dachte, ich meine Sky kann man auf der Xbox auch irgendwie, ja, es mag sein. Ja, aber ich habe bisher nichts gefunden, wo ich bereit gewesen wäre, das zu bezahlen. Das ist nicht der Fall. Ich meine, es wird auch nochmal interessant, die internationalen Turniere, also die Nationalmannschaftsturniere, die sind ja bisher immer im Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube auch, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Also das ist zumindest, ich glaube, es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass die Spiele der deutschen Mannschaft irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt werden müssen, aber ansonsten nicht und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da irgendwann mal was tut, weil diese Preise, die werden ja auch nicht gerade günstiger und naja, keine Ahnung, vielleicht wird es irgendwann die WM dann auch zum Teil im Pay-TV geben oder zumindest im Privatfernsehen-Bereich. Ja, ich weiß es nicht. Also ich lese ja dann manchmal so irgendwie, Sky hat x Millionen für die Rechte für x bezahlt und dann heißt es ja auch, die zahlen einen festen Preis, egal wie viele Leute sie an Zuschauern haben. Ja, das scheint ja auch das Modell zu sein bei den Online-Videotheken, das heißt, WatchEver zahlt einen festen Preis für das Paket von HBO, egal wie viele Kunden sie generieren. Das ist jetzt zum Beispiel bei WatchEver offensichtlich ein Problem geworden, die haben 2013 einen dicken Verlust nach Hause gefahren und wenn man da zurückrechnet, haben die halt so 150.000 Kunden für das Angebot und das reicht nicht aus, um die Lizenzkosten zu bezahlen. Man kann die sich wahrscheinlich auch ausrechnen, okay, wir haben so viele Millionen für die Bundesliga-Rechte gezahlt und so viel für die Filmrechte und so viel für die Champions League, das heißt, wir müssen irgendwie aus den Kunden und wir haben nur einen sehr begrenzten Vorrat an technisch entsprechend ausgestatteten Haushalten und Leuten, die gewillt sind, überhaupt Pay-TV zu bezahlen und dann muss halt wahrscheinlich dieses Angebot bei 40, 50 liegen, wenn du alles haben willst. Ja, aber okay, gut. Das ist natürlich jetzt so meine Wahrnehmung, die man so im Umfeld hat oder ja, das ist natürlich irgendwie, muss ich das begründen, rechnerisch. Es ist halt in meiner Wahrnehmung so, dass ich sehr viele Leute kenne, die dafür Geld ausgeben würden, wenn es ein bisschen, also wenn es gar nicht so massiv billiger wäre. Ich will jetzt nicht 10 Euro oder sowas, aber wenn es bei 20 wäre, wäre es schon wirklich für viele Leute, würden sich das zulegen, glaube ich, verstärkt darüber nachdenken. Aber ja, klar, sie werden irgendwelche Gründe haben. Ist halt schade. Also in England gibt es sowas ja auch schon deutlich länger und ist auch schon sehr viel angenommener, dieses ganze Pay-TV-Fußball. Ich weiß, dass meine Familie ist in England und da motzt da auch keiner mehr und das ist nach wie vor so teuer. Und da ist halt auch so dieses Kneipending ganz extrem. Das gibt es ja bei uns auch, dass die Sky-Sachen da, dass die da so ein Kneipenpaket haben. Also du kannst da in ein Restaurant oder in eine Kneipe halt einen Decoder stellen und kannst dann so und so viel tausend Euro bezahlen und dann können die Leute da hinkommen zum Gucken. Da gibt es ja auch schon diese Schilder, richtig Sky-Städte oder sowas. Ja, das habe ich wohl schon mal gesehen. Also ich bin nicht völlig weltfremd. Ja, ja. Also das ist halt so. Und das ist natürlich wieder was, weil man weiß, dass es das gibt und das gibt es jetzt gerade im Umkreis bei mir in Berlin dann ziemlich oft, dann ist natürlich der Schmerz auch nicht ganz so groß, weil dann geht man da auch mal hin und das ist ja eben auch wieder was Nettes, was dann so zum sozialen Leben beiträgt und so. Wenn man das jetzt übertragen möchte vielleicht auf diese Second-Screen-Geschichte, auf andere Medien, das ist ja auch .